willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ich habe hier ein rathaus 12 noch zu machen das kommt aus den clanspielen aber wir wollen mal gucken wie wir das machen können ich habe so ein bisschen unglückliche clanburg muss ich sagen aber mal sehen ob wir hier nicht ein trolltesla auf die spur kommen wollte ich jetzt gerade sagen ich muss meinen ballon jetzt mit mit setzen das ist vielleicht ein bisschen doof denn ich habe ich habe jetzt nicht die richtige clanburg gefordert gehabt für diese für die truppe hier aber wir müssen hier nur irgendwie was machen irgendwas machen auf rathaus 12 also für ein clanspiel deswegen habe ich hier auch drachen dabei ist ja eher unüblich dass ich mal so eine armee dabei habe aber der hat jetzt keine clanburg und mein king regelt da regelt da richtig gut muss ich sagen okay aber ich muss ein bisschen auf die fege achten also gucken wir mal was so die was so die fege machen einmal die loons vor einmal die drachen dahinter und unseren worten der dann auch hoffentlich auf luft steht jawohl der passt so und jetzt muss ich mal 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 schauen was wir eigentlich frieseln hier ich würde sagen erstmal hier hinten den den daueradler friesen war erstmal weg und das sieht erstmal ganz gut aus ah diese nervskilette da ok dann nehmen wir nochmal den adler und die statue hier aber ich glaube das ist ganz schick was wir hier machen die gehen ganz gut durch ich habe jetzt nicht darauf geachtet wo der oder letzte feger hier stand beziehungsweise wo der zweite feger eigentlich stand aber ganz gut gemacht ich bin ganz zufrieden dann schaffe ich dieses clanspiel nämlich auch ich hatte schon sorge dass ich wieder unter 4000 punkte herausgebe aber ich habe noch ein bisschen zeit denn ich nutze im moment die aufnahme beim finale tribe gaming gegen ich muss jetzt gerade mal im hintergrund gucken team wantang denn dort wird noch nicht gekämpft und deswegen habe ich gedacht tut du dann immer fix auf dann überbrückst du so ein bisschen die zeit ja deswegen und das das ist auch einer der der gründe warum ich am also nicht am freitag nicht online war beziehungsweise freitag war ja noch nicht esl aber das haben wir geschafft hier sondern am samstag und sonntag also heute und das ist einer der gründe warum ich jetzt hier nicht ich glaube die können wir noch mal bauen warum ich hier jetzt nichts gemacht habe lass mich gerade checken den haben wir gerade benutzt dann nehmen wir den wieder dass ich nicht gestreamt habe denn ich habe selber streams geschaut ich bin ja auch ganz normaler mensch und ich habe gedacht ich schaue mir auch mal die esl so ein bisschen an also von samstag komplett bis hin sonntag durch als jetzt nicht durch aber die wichtigsten matches sage ich mal die ganze zeit jetzt auch nicht das ist eigentlich so der grund warum ich jetzt nicht online gekommen bin das ist ein bisschen doof wenn du selber was gucken willst und gehst dann auch online irgendwo das ist dann auch doof für die zuschauer die sicherlich auch mit mit masse das esl 13 turnier verfolgt haben als dass sie bei mir in den streams reingekommen wären und von daher glaube ich war das auch für mich auf jeden fall in ordnung ich bin auf jeden fall gespannt 24 minuten haben wir noch hier natürlich nicht aber ich habe ja mal wieder eine frage gehabt beziehungsweise es geht mir manchmal auch nicht aus dem kopf was hier so bei clash of clans passiert war das jetzt wirklich alles hier war das wirklich alles zum lunar fest ich meine man hat uns ja jetzt hier geboten drei kauf pakete plus den einen gamboost nur für helden was ich bis heute noch nicht verstehe aber ich habe tatsächlich auch hier genutzt denn in den clanspielen musste ab und zu mal so ein paar helden level machen die habe ich dann damit gemacht und habe meine helden geboostet also wenn die queen dann mal drauf ging nur weil ich gerade einen helden machen musste dann war der ein gamboost eigentlich ganz gut dafür aber sonst habe ich da nicht so das einsehen für gehabt und aber das ist auch gewesen hier mehr mehr gibt sie nicht natürlich ein bisschen wenig in fünf tagen fangen die clanspiele an ich bin mal gespannt ob da noch was kommt vielleicht wenn ihr jetzt heute die video folge hier seht ist vielleicht dann gleich wieder was da okay da habe ich truppen bekommen dankeschön dankeschön und ja mal sehen ich bin hier im moment so ein bisschen auch wieder am boosten ich muss mindestens wieder einen bauarbeiter hier auf die reise schicken denn mein erster ja mein erster scattershot ist hier fertig also der der streukatapult und dadurch habe ich jetzt jetzt habe ich es verrückt da jetzt habe ich die base wieder verrückt okay ist aber nicht so schlimm und dadurch habe ich jetzt ein bauarbeiter frei ja eigentlich zwei bauarbeiter ich weiß aber ich lasse mir einmal ganz gerne ein frei denn ich habe die ein oder andere mauer vor allen dingen gemacht mit mit elix und habe auch ein hammer benutzt für den x bogen glaube ich habe ich noch einmal ich glaube das ist auch mein letzter hammer den ich überhaupt für gebäude nutzen kann denn ich habe keine medaillen mehr aber hier müssen wir noch irgendwas machen was haben wir denn hier am start das mal checken zweite armee hier zweite armee das haben wir am start was ist das okay irgendwas habe ich jetzt nicht verbraucht glaube ich eben dass man gerade checken heil heil ich glaube den hier und den hier die habe ich jetzt eben nicht verbraucht und hier hatte ich glaube ich 505 und drei wo so passt das kommt besser wieder ja oder hatte ich hier noch was anderes das passt so ich hatte keinen gift zauber oder ich dass ich hier wieder zwei abnahmen ich habe kein gift zauber gehabt okay ja und deswegen muss hier noch ein bisschen verschaffen in den clanspielen ich habe aber noch ein bisschen zeit also auf die 4000 komme ich ganz sicher um mir jetzt zwei mal was abzuholen ohne zauber angreifen ein bisschen doof was haben wir hier nach dorf ox rathaus 9 ja manchmal weiß nicht manchmal muss sie irgendwas tot machen also irgendwas machen ohne ohne die helden zu benutzen drei sterne ach komm das können wir machen das können wir machen 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 wir das mal ohne ohne die helden zu benutzen und ich mache trotzdem kurzen cut dass ich dann gleich zweimal hintereinander mit euch angreifen kann hier bis meine drei helden zumindest wieder da sind ich habe im moment nur drei helden denn meiner meine royale champion ich weiß ich hätte sie fertigstellen können aber ich hatte euch ja glaube ich gesagt dass ich die zur cbl dann auch 15 haben möchte und ich denke mal ich bekomme dass das dunkel noch irgendwie zusammen dass ich sie noch einmal leveln kann und dann noch einen hammer nehmen kann so dass sie zur sccbl in jedem fall level 15 ist so geht das hier ganz gut durch so jetzt gucke ich eine kurze minute das endspiel noch dann ich werde euch am ende des videos auch sagen ich meine ihr wisst es sowieso wer da gewonnen hat und in welcher höhe also bis gleich okay freunde nicht einfach hier ohne helden etwas zu reißen aber ich gucke mal auf das 1er rad aus hier ob da nicht doch irgendwo was geht die maschine dürfen wir setzen und ich muss mal gerade überlegen nehmen wir mal den blind mit ich glaube wir nehmen mal wir nehmen mal den blind mit hier wir nehmen mal den blind mit und versuchen jetzt mal so ein bisschen mit irgendwas zu funnel mal sehen hier hinten gibt es erstmal noch keinen beschuss und dann nehmen wir den hier und können eigentlich die pecker hier pro lager setzen die können jetzt gleich nur noch so ein bisschen in die mitte rein ich muss ich muss wirklich gestehen es ist nicht nicht einfach hier die helden nicht zu setzen muss ich muss ich echt mal so sagen es ist nicht einfach die helden hier mal nicht zu setzen ach komm jetzt geht er doch da in die mitte da rein also ein paar gehen ja immerhin okay vielleicht können wir hier hinten raus springen und unser blind wir setzen den blind mal noch glaube ich wir setzen den mal noch mit dazu den nehmen wir mal noch in wut mit wir brauchen ja eigentlich nur das rh und da nehmen wir jetzt noch noch den wutzauber da ist ja noch ein pecker drin das haben wir gepackt also ein stern haben wir schon mal gemacht das ist nicht schlecht dann können wir uns hier hinten am bombturm sicherlich noch ein paar prozente scheffeln ich habe jetzt noch hier ein ein magier wo kann er denn eigentlich was holen die zwei magier die beiden magier die können da noch ein prozent holen okay da haben wir schon mal zwei sterne drei sterne müssen wir ja machen aber gleich können wir die helden auch wieder benutzen wunderbar mein wort steht auch schon auf luft das ist super und dann können wir hier direkt weiter suchen vielleicht kriegen wir hier noch so ein bisschen was von dem schwarzen kuchen hier ab da ist ja so ein ganz kleines bisschen drin aber hier hinten ach schade falsche seite toto falsche seite genommen da ist das meiste hier in den beiden bohrern drin aber hier sind auch nur noch zwei bogenschützen türmer und da ist noch ein jeti und hier ist noch jeti und pecker es juckt einem echt in den finger aber ich nehme die finger mal nach oben nicht dass ich jetzt noch doch noch ein helden setze oder so das wäre echt ein bisschen doof jetzt will der jeti da raus nur wegen dem nur wegen dem bauhüten ich meine das ist löblich dass er die machen will allerdings da geht es jetzt doch noch ein bisschen reinkommen pecker wenigstens ein lager noch aber ich glaube er schafft das nicht mehr oder einschlag noch noch ein noch ein hat mich gehört okay ich denke mal der jeti quält sich da noch mal ein bisschen an der mauer aber auch mal sehen 44 sekunden ich lasse mal laufen so ein bisschen kann er noch reißen ich weiß nur nicht wie voll oder wie leer ist ich kann jetzt nicht auf ihn klicken jetzt kann ich doch machen jetzt kommen noch die kleinen jeti die maiz hier raus so ein bisschen zumindest die gehen auch noch so ein bisschen auf etwas allerdings nicht aufs dunkle die können ruhig auf den bogenschützen turm gehen denn dann geht es noch ein bisschen weiter noch aufs dunkle nein auf die luftabwehr stimmt auf die defense ist okay ich lasse das mal so bestehen das soll mir reichen hier aber es war eben ultra spannend auch im finale des esl turnier oder des esl 13 turniers und mit 1, lasse ich mal gerade überlegen an idee machen wir mal nicht so wir brauchen noch wieder ein blimp mit 1,4 prozent hat tribe gaming gewonnen glückwunsch an die jungs und mädels war wirklich auch spannend für die streamer muss man sagen denn die die ganzen ganz vielen angriffe kamen fast alle zum schluss und da haben die sich so ein bisschen überschlagen ich habe auf zwei kanälen gleichzeitig geguckt und das war schon das war schon heavy ich will hier eben mal anfordern und einmal ich glaube luft nehmen wir mal mit luftwut luftwut und also ultra spannend kann ich euch sagen und wie gesagt 1,4 prozent ist jetzt jetzt nicht nicht gerade weit weg aber gewonnen ist gewonnen egal wie schmutzig oder wie dreckig oder wie man das auch immer nennt super gemacht und hat mich auf jeden fall gefreut die beiden tage das turnier so ein bisschen mal auch aus meiner sicht so ein bisschen zu zu beobachten und man lernt ja nicht aus man lernt ja nicht aus und spannende spannende taktiken auch auch sehr viele taktiken die sehr wie soll man sagen sehr riskant waren sehr riskant waren teilweise nah an einem stern aber dann doch noch irgendwo rumgerissen gut gute sache also es hat mich wirklich gefreut es würde mich jetzt freuen wenn die mir die klarenburg voll machen und ich einfach noch weiter angreifen kann okay immer nach dem motto er war arm und braucht das geld oder braucht den loot ich habe jetzt keine klaren book dabei ich wollte jetzt nicht länger warten dass man das dass das mein boost nicht ganz so extrem ausläuft hier aber mal sehen so ein stern ein stern müssen wir hier eigentlich mitnehmen können kann ich mir vorstellen ist auch ein 1er rathaus ne 1 also rathaus level 13 erste ausbaustufe und was können wir denn hier ich wollte gerade sagen was können wir denn hier für die helden mitnehmen wir können ja gar nichts mitnehmen wir können ja irgendwie mal gar nichts mitnehmen obwohl wenn wir wenn wir die mitnehmen dann haben wir noch ein paar truppen da drin oder dann haben wir noch ein paar truppen da drin ja guck mal wer sagt es denn dann haben wir doch ein paar truppen wer sagt es denn so unsere drachen hier reingezogen und dann kann das hier losgehen in diese base hier ich weiß wir müssen den feger hier immer frosten am besten mit mit dem mit dem adler zusammen das pärchen können ruhig die ganze die ganze zeit in frost lassen da bin ich mir nicht nicht zu schade einige andere waren sich da heute leider ein bisschen zu schade für und haben diesen feger nicht gefrostet oder haben überhaupt die feger nicht gefrostet aber mal sehen wir müssen hier schon ein wenig mehr prozent scheffeln ein stern müssen wir machen wir müssen nur ein stern schaffen hier dann haben wir das clanspiel meine drachen oder zumindest einer war gerade am rathaus okay der hat es nicht geschafft ist nicht so schlimm ein bisschen loot haben wir mitgenommen ja ich habe einen zuschauer hurra wieso habe ich einen zuschauer ich gucke gleich mal wer wer mir dazu geguckt hat ob einmal meine friends hier online ist die sich das ganze noch verdient haben ja den 1 stern kann ich gerade noch so stehen lassen oder der loot war gar nicht mal so schlecht der loot war gar nicht mal so schlecht tolle wo es jetzt habe ich hier luft truppen aber ich habe das clanspiel geschafft und mit 3000 da bin ich da bin ich jetzt schon wieder ganz gut zufrieden ich glaube die kann ich ruhig noch mal nach dem mal so ein bisschen drachen trainieren obwohl einige mal sagen drachen sind zwei sternen angriffe ich glaube nicht immer so was habe ich jetzt hier zu viel ich habe hier mal wieder den zu viel glaube ich warum hatte ich den jetzt eigentlich zu viel habe ich den wieder nicht gesetzt oder was naja egal so jetzt gucken wir mal in meine friends list wer hier online war der grisu hat mir zu geguckt okay oder der dürfte aber nächsten mittwoch wieder raus sein mal sehen also wie gesagt ich hoffe dass hier noch ein bisschen was kommt für euch und für mich ich weiß es nicht keine ahnung ich habe auch noch nichts gehört oder gesehen oder gelesen was hier vielleicht noch für für uns auf oder uns auf und zu kommt außer dieser gemboost und die drei kaufoptionen im shop ich hoffe die folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen haben wir ein bisschen ein paar ein bisschen gold und elex hier reingeholt und auch ein bisschen dunkles mein held muss in zwei tagen in jedem fall noch mal level mit dem buch ich halte euch auf dem laufenden und würde sagen bis dahin habt einen schönen wochenstart euer toto recht bg 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 Bis zum nächsten Mal.